Das größte Rätsel aller Zeiten in Assassin's Creed. Es gibt ein weiteres Rätsel und schon sogar mit einer Teillösung. Ihr kriegt Fertigkeitspunkte, also solltet ihr auch dranbleiben, wenn ihr euch nicht für Rätsel interessiert. Ich denke, ich werde das Ganze in zwei Videos aufteilen, weil das so umfangreich ist. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Frank Nath, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Bleibt also mega gerne hier mit dem Abo mit dabei. Und ja, das Paris DLC, das beinhaltet ein bisschen mehr, als man meinen könnte. Das hat auch Access the Animus rausgefunden und zwar zusammen mit dem halben Internet. Deswegen hier nochmal Props an den YouTuber Access the Animus, eine der größten AC-Communities. Die haben das gemeinsam auf Reddit mit diversen Leuten rausgefunden, worum es jetzt geht in diesem Video. Das heißt, ich habe das Ganze nicht erfunden, sondern es wurde von anderen herausgefunden. Echt geniale Detektivarbeit und wir sind in Isu auf der Spur. Das könnte ganz interessant sein. Normalerweise halte ich mich bei so Rätseln eher zurück, weil es mich meistens nicht so interessiert persönlich. Aber das war dann schon etwas handfester, etwas spannender und zwei Fertigkeitspunkte. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das erste Rätsel ist in ungefähr zwölf Etappen aufgeteilt. Und wir beginnen hier in der Kirche von Saint-Denis, nördlich von Paris. Hier seht ihr es, nicht nur den Online-Dienstfehler, sondern hier auch so eine Schriftrolle. Wir schauen einfach mal hier in dieser Kapelle nach. Da soll es was Besonderes in diesem Glockenturm hier oben geben. Und ihr seht schon, da ist auf jeden Fall irgendwas versteckt. Vielleicht ein Hinweis. Wer weiß, blau und schlau. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Das heißt, wir müssen irgendwie von weiter unten rein. Machen wir mal. Wir sind jetzt unten reingegangen und das Ganze fängt schon richtig Assassin's Creed mäßig an mit einem Parcours. Also das hat man selten, dass man wirklich einen echten Kletterparcours hat in einem Assassin's Creed Valhalla. Das deutet schon mal darauf hin, dass wir hier auf einer guten Spur sind. Schnell hoch. Hier sind zu viele Rattenmann. Und jetzt das letzte Stück hoch. Ich kriege gerade krasse AC2-Vibes. Bist du noch, als wir uns die Rüstungen zusammengesammelt haben? Oh, und hier gibt es schon mehrere Dinge zum Einsammeln und Lesen. Erst mal eine Schatzhortkarte. Das ist nämlich nicht das Epische, was wir suchen. Sondern tatsächlich dieses Dokument hier, die uralte Steintafel. Und was da drauf steht, das ist eine spannende Sache. Am Ende steht Octavius. So viel kann man schon mal sagen. Dieses Dokument wurde von der Community mit einer Cypher entschlüsselt. Und die Lösung ist an der Stelle, dass man das Alphabet um 18 Buchstaben quasi zurückdrehen muss. Aber die Buchstaben J und W und U rauslässt, weil das lateinische Alphabet die wohl nicht hat. Ich war Franzose damals in der Schule. Ich hatte kein Latein. Deswegen belehrt mich da gerne. Und dann kann man diese Nachricht quasi entziffern mit so einer Cypher. Das ist so ein Entschlüsselungstool. Und als Nachricht bleibt dann hier zurück. Von den hellblauen Blumen in Compendium. Von den weißen Blumen in Nordparis, wo wir beten. Von der Plaza in Suestionum, wo Dinge verkauft werden. Und diese Orte, die gibt es. Und wir werden sie jetzt auch suchen. Ist das nicht cool? Wir fangen an, glaube ich, in Nordparis. Von den weißen Blumen in Nordparis, wo wir beten. Das Haus der roten Blüten, das wird es vielleicht nicht sein. Aber vielleicht hier an der Kapelle, weil wir ja beten. Mal gucken. Und dann gibt es keine Diabetes. Verstehst du? Ist lustig. Also hier sind eindeutig rote Blumen. Und es war schon ziemlich konkret, dass es weiße Blumen in Nordparis sein sollen. Dort, wo man betet. Ah, schau mal. Hier sind auf jeden Fall weiße Blumen schon an eben dieser Kirche, an der Kapelle hier. Und in ganz Nordparis gibt es keine weitere Kapelle. Zumindest soweit ich das hier überblicken kann. An Gehöften und Bauernhöfen wird wohl eher nicht gebeten. Oder gebetet. Und da hinten ist schon wieder Saint-Denis. Also müssen wir auch nicht dahin. Scheinbar ist das hier der erste Ort. Der erste Ort, an den wir müssen. Und hier oben auf dem Dach auch nochmal einige weitere schöne weiße Blumen. Hier hinten auch. Ah ja. Vielleicht beten wir hier. Hier ist sogar noch ein offenes Grab. Allerdings mit roten Blumen. Und auch hier in der Kirche hängen einige weiße Blumen. Also ich denke, es ist wirklich diese Kirche hier. Ich komme hier jetzt zwar nicht mehr raus. Ah ja, jetzt geht's. Aber ich weiß ja schon des Rätsels Lösung. Also setzen wir uns hier, wo ich bin, ungefähr einen Marker auf die Map. Und es war ja die Rede von hellblauen Blumen in Compendium. Und die werden wir jetzt mal suchen. Und mal gucken, ob wir da findig werden. Ja, und es heißt ja, wie gesagt, von den hellblauen Blumen in Compendium. Und die sind ja mal so gar nicht zu übersehen. Quasi omnipräsent hier schon in der Gegend. Das heißt, wahrscheinlich ist hier die gesamte Ortschaft unser Marker, unser relevanter Punkt. Das hier sind auf jeden Fall die hellblauen Blümchen. Und wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier ist natürlich auch wieder ein Gotteshaus. Und das könnte natürlich dann unser Point of Interest sein. Also markieren wir hier nochmal das Compendium. Das war relativ einfach zu finden. Gehen wir nochmal in die Zyniensicht. Und ihr seht hier einige tiefblaue, königsblaue Blumen und auch noch einige hellblaue. Und die hellblauen sind eher hier am nördlichen Zipfel. Eben dort, wo ich jetzt gerade stehe. Aber es gab ja noch einen dritten Ort. Und zwar gab es den in Suestionum. Auch genannt Suestionis. Und das markieren wir mal dort an einem Plaza. Sollen wir einen Marker dann scheinbar setzen. Gucken wir uns das mal an. Und dann sehen wir vielleicht mehr. Ich entledige mich nochmal kurz dieser Luchse hier. Aus den Benelux-Staaten. Und ich glaube, da sehen wir auch schon die Plaza. Ja, das ist der Markt hier quasi. Ja, es ist glaube ich relativ eindeutig, dort wo Waren gekauft oder verkauft werden, das ist natürlich hier am Marktplatz. Wo auch sonst. Deshalb setze ich jetzt hier mal noch den dritten Marker und den mache ich weg. Dann haben wir mal wieder ein Dreieck. Und verbinden wir dieses Dreieck, dann sah das bei Axis the Animals so aus. Hier sieht man ganz klar natürlich eine sehr, sehr saubere Verbindung, so wie wir das jetzt gerade auch gemacht haben. Und er hat jetzt noch das Ganze hier mit dem Median jeweils verbunden. Und daraus haben wir einen Superpunkt trianguliert. Hier in der Mitte. Und westlich von Sardinie, da gehen wir jetzt das Ganze mal überprüfen. Wir schauen, was uns da erwartet. Und ich kann euch sagen, es ist der Hammer. Und damit meine ich kein Fahrzeug und auch kein Werkzeug. Und ziemlich präzise haben wir hier diesen Wegpunkt, aka Wegpunkt, gesetzt. Wir entledigen uns mal wieder der nervigen Luchse. Meine Güte, ist aber nicht gerade luxuriös hier in Frankreich. Oder auch genannt Franklerland. Reingelatzt und übrigens mit Doppelsensentechnik natürlich legendär easy, weil du unstoppable bist. Und was haben wir denn hier? Genau da, wo wir hinwollten bei Sardinie, haben wir eine geheime Leiter, die hier runterführt. Und das ist natürlich besonders spannend. Wir befinden uns in Frankreich und gehen hier in irgendeine streng geheime Krypta. Und hier schauen wir uns mal ein bisschen genauer um, denn das könnte natürlich noch sehr, sehr spannend werden. Denn was finden wir hier? Richtig, die Dead Kings. Assassin's Creed Unity hat das schon vorgelegt mit dem Dead Kings DLC. Wir finden einige tote Könige Frankreichs, Franklerlands und Frankias. Das ist doch schon ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Vielleicht entzünden wir hier nochmal die Kerzen, wenn es geht. Ne, geht leider nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, zu bedächtig. Und wir gucken uns hier mal ganz in Ruhe rum. Auf jeden Fall eine sehr geile Sache, dass wir hier sowas finden können. Einfach nur durch irgendwelche Rätsel, die die Community löst. Ist schon wirklich insane. Und hier geht es noch weiter runter. Schauen wir nochmal hier, ob irgendwas in den Krügen und Vasen zu finden ist. Ne, leider nichts. Deswegen geht es jetzt hier ab nochmal tiefer in Isolook. Einige alte Knochen, die wir hier finden. Gebrauchthandel wahrscheinlich von Knochen. Und jetzt kommt das spannende Ratten. Ne, Spaß, das ist natürlich nicht das spannende. Hier kann man jetzt leider nicht rein. Man sieht nur einen Gang, der hier nach unten und dann, ja scheinbar, es könnte nach links sein führt. Könnte auch rechts sein. Ich weiß es nicht genau. Leider kann man hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorbei. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier ein weiteres DLC Expansion Pack geben könnte, was hier spielt. Denn es wird hier richtig, richtig spannend, was man hier so alles findet. Hier links findet man nämlich noch was weiteres. Ja, und zwar da hinten. Dazu gleich erstmal hier zu dem neuen Tablet eine weitere uralte Steintafel mit einer weiteren Nachricht. Die entziffern wir dann später nochmal, würde ich sagen. Was es jetzt hier noch gibt, abseits dieser Nachricht, ist nämlich folgendes. Ich habe euch zwei Fertigkeitspunkte versprochen und ihr kriegt zwei Fertigkeitspunkte. Ihr seht, das Ganze wird jetzt mal im Konto gut geschrieben. Aber was noch viel spannender ist, ist, was ihr hier seht, nämlich diese Isu-Schrift. Diese Isu-Sprache zusammen mit irgendwelchen Ledermäuse. Keine Ahnung. Flatterviechern auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und diese Isu-Sprache, die wurde natürlich auch übersetzt von der Community. Access the Animus war da auch mit in Vorreiterfunktion. Hat die Isu-Sprache selbst mit übersetzt oder das Ganze auch journalistisch zusammengetragen. Sehr, sehr geile Arbeit auf jeden Fall. Was das Ganze übersetzt heißt, ist wohl relativ simpel. Sie sehen etwas und sie reagieren darauf. Ja, klassische Aktion-Reaktion-Sache. Es könnte sein, dass damit die Isu gemeint sind, selber. Ja, sie sehen etwas und reagieren darauf. Aber es könnte auch sein, dass sich das auf Menschen bezieht, aus Isu-Sicht. Dass die Menschen etwas sehen und dann reagieren. Und das quasi ganz altes, einfaches Verständnis, basales Verständnis von menschlichem Handeln sein könnte. Was vielleicht von Isu-Handeln unabhängig ist. I don't know. An der Stelle sind auch noch einige Nummern dort drunter. Und zwar die 782. Dann haben wir auch noch die 3962, die 37 und die 3101. Dazu ist bislang noch nichts bekannt, was es ist. Vielleicht wird es ja noch bekannt. Ich hatte ja vorhin auch vermutet, man könnte irgendwie so links hier in diesen Gang rein. Das wäre dann der Eingang hier in diese Isu-Struktur. Vielleicht kann man sich auch hier reinglitschen. Ja, wenn es jemand von euch kann, dann macht das gerne mal. Und macht am besten ein Video, bei dem ihr mich taggt. Zum Beispiel auf Twitter, damit ich das sehen kann. Das wäre wirklich sehr, sehr spannend, wenn da jemand von euch so bewandert ist. Auf jeden Fall ein ziemlich geiler Fund, wie ich finde. Zwei Fertigkeitspunkte. Isu-Schrift, Isu-Sprache. Und dann hatte ich euch noch eine zweite Nachricht versprochen. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt viel zu lang wird. Wir haben überlegen, ob ich es in zwei Teile. Aber ich glaube, wir machen es in einem. Dann haben wir das auch wirklich hier alles abgefrühstückt. Die uralte Steintafel Nummer 2. Und die ist etwas ausführlicher. Auch komplizierter zu entschlüsseln war das Ganze. Du brauchst auch wieder eine Cypher wie beim ersten Mal. Aber dieses Mal brauchtest du ein Schlüsselwort, um das Ganze zu entziffern. Und das ist wohl NTVY, für die, die es nachforschen wollen. Auch hier wieder lateinisches Alphabet, ohne die Buchstaben J, U und W. Und dann kommen wir auch schon zur Übersetzung, weil ich glaube, ihr interessiert euch für die Lösung und nicht für den Weg im Regelfall. Zumindest bei so einem Rätsel in einem Game. Und zwar, es heißt, Dionysos hat den Verstand der Menschen mit einer Sphäre oder auch Orb gebrochen. Aber es hat nicht gereicht, um ihn zu retten. Ich werde seine Arbeit weiterführen, um eine Geschichte über ihn zu verfassen. Ich habe etwas Falsches erschaffen und die in der Sphäre Orb, also Sphäre oder Orb, es handelt sich wahrscheinlich um einen Edenapfel, habe ich die Täuschung, die andere treffen sollten, platziert. Also in diesem Edenapfel hat er dann irgendwie manipulative Tools oder so. Das ist natürlich eine schlechte Übersetzung. Es ist auch schwierig zu verstehen. Es ist auch eine alte Sprache. Das Ganze soll hier nochmal rüberkommen, dass das alles so ein bisschen kryptisch klingt. Und nicht alles sofort Sinn ergibt. Da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Kontext zu kriegen. Ich habe jetzt das Gefühl, sagt hier der Autor im nächsten Absatz, dass meine Gedanken übernommen werden. Ich kann die Realität nicht mehr von der Fiktion unterscheiden. Okay, völlig abgedriftet. Ich weiß nicht, wo ich nach links gehen muss. Na gut, vielleicht weiß er dann wenigstens noch, wo er nach rechts gehen muss. Wäre praktisch, dann geht er einfach nur noch nach rechts. Wie im Kreisverkehr irgendwie. Das würde vielleicht auch klappen. Ich habe es zurückgebracht. Na, wahrscheinlich die Orb, die Sphäre dorthin, wo Dionysus es gefunden hat. Es ist zu gefährlich. Wir werden jedermann darüber Lügengeschichten erzählen. Das heißt, dieser Dionysus, der die Orb, den Edenapfel wahrscheinlich gefunden hat, der, ähm, ja, der hatte wohl dann irgendwie seinen Kopf verloren tatsächlich. Sein Verstand wurde gebrochen. Und das war einfach viel zu gefährlich. Jemand hat erkannt, okay, dieser Edenapfel ist eine zu mächtige Waffe. Und jetzt erinnern wir uns zurück an, äh, Assassin's Creed Unity. Ja, auch ein, ein Edenapfel quasi in einem Kopf drin, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Und es könnte hier an vielen Stellen einfach mal ein, ein, ja, eine Anspielung an das Dead Kings DLC sein. Hier so gefunden auf dem Kanal vom Hellgame LP. Da auch nochmal ein kleines Shoutout. Ich persönlich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Das DLC in jedem Fall eine spannende Sache, wie ich finde. Eine, eine gute Anekdote und eine coole Anknüpfung. Ich persönlich bin ein riesen Fan davon, Spiele zu verknüpfen. Und es hat sich einfach angeboten, hier eine Parallele zu ziehen zu Assassin's Creed Unity. In Paris selbst habe ich jetzt bislang noch keine gefunden. Aber wir haben wenigstens an das DLC hier einen Anknüpfungspunkt mit, mit, mit dem Grab der Könige, ja. Und, und die toten Könige. Hier haben wir nochmal, ähm, den Hinweis auf einen Edenapfel, der gefunden wurde. Und die Leute verrückt gemacht hat. All das sind doch ein paar coole Sachen. Denn eins muss man sagen, Assassin's Creed Valhalla ist wenig Assassin's Creed. Also man muss die Lore schon suchen. Und gerade jetzt in den DLCs, also im ersten DLC sowieso schon mal gar nicht. Aber, ja, eigentlich sind, sind Assassin's Creed Inhalte. Easter Eggs in einem Assassin's Creed DLC. Das ist derzeit unsere Realität. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn es gibt ein neues Fan-Kit für das Paris DLC. Das könnt ihr euch runterladen. Und Axis the Animus hat hier auch mal wieder großartige Arbeit geleistet und das zusammengetragen. Und auch in diesem Fan-Kit, da gibt es so ein Isu-Glitch-Bild, sind versteckte Nachrichten. Wieder mal verborgen, auch in einer abstrakten Sprache. Und da heißt es so ein bisschen sinnbildlich, you are looking for what is part of you. Ihr sucht das, was Teil von euch ist. I for what I am, der ich selbst bin. How much of yourself are you willing to sacrifice? Wie viel von dir selbst würdest du opfern? Und das spielt natürlich mal wieder an auf unseren Odin. Odin aus Assassin's Creed Valhalla. Reicht ein Auge oder müssen es dann doch zwei Augen sein? Man weiß es nicht. Eivor, zwei Auge, ist sich dem Ganzen noch nicht bewusst. Aber würdest du dein zweites Auge für absolute Weisheit und Kraft opfern? Wie viel möchtest und musst du wissen? Das ist hier die Frage. Finde ich ein paar coole Botschaften. Was ziehen wir da raus? Nun, dass die Geschichte hier noch nicht zu Ende erzählt ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, es wird noch ein DLC mit jeder Menge Lore geben. Vielleicht wird Odin noch ein zweites Auge verlieren. Vielleicht werden wir hier noch in Paris einen Anknüpfungspunkt finden. Vielleicht wird es nochmal einen zeitlichen Sprung geben. Oder, oder, oder. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ubisoft muss nur diese kreativen Möglichkeiten nutzen. Und vielleicht wieder ein bisschen zurückkehren zu einem Assassin's Creed DLC für Valhalla. Denn es ist ja mittlerweile bekannt, dass mehr rauskommt. Ja, das war es an der Stelle, glaube ich, auch schon zu diesen Rätseln. Ich werde jetzt hier nochmal meine Fähigkeits-Aka-Fertigkeitspunkte vergeben, damit ich da bald mal wieder Ruhe habe. Eins, zwei, drei, vier. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar der letzte war, der noch benötigt wird. Auf jeden Fall eine spannende Sache, wie ich finde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, was es hier mit dieser Krypta auf sich hat. Ich erinnere euch nochmal kurz an den Ort davon, der ist hier zu finden, bei Saint-Denis. Ihr müsst nicht diese drei Orte nochmal darum abgehen, um das zu triangulieren. Ihr könnt direkt rein dort, euch den Fertigkeitspunkt, die Fertigkeitspunkte abholen und selber nochmal die Dokumente angucken. Und wenn ihr Lust habt, auch entschlüsseln mit einer Cypher. Das ganze Video, wie gesagt, bei X is the Animus nochmal im Detail. Ich muss sagen, mir reicht das, das so ein bisschen oberflächlicher zu beleuchten. Ich bin nicht der größte Rätselfan. Bin gespannt von euch zu hören, wie es euch gefällt. Und vielen Dank fürs Einschalten. Cool auf jeden Fall, dass Ubisoft so ein paar nette Kleinigkeiten da unterbringt in diesem Game. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Bis später. Euer Peter. Und natürlich gerne nochmal die Glocke aktivieren. Habt ihr ja gerade selber schon gesehen. Danke fürs Einschalten und Tschüss. Liebe Leute, mein Name ist Fragknaft und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragknaft. Bis später. Euer Peter. Warum natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Warum natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und mein Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.